Wenn ich das aufgenommen habe, schreibe ich die immer gleich an, um was es gegangen ist, dass ich das ganze Let's Play noch mal schauen muss, und das eine habe ich zu genennen, das Virus der Lückencamper. Ein bestem Kornfeld. So Leute, alle dem Abschluss danach. Ist die Goldige. Aber wo bist du denn? Ja, im Generator. Aber auch der Killer, ich bring den Killer zu dir. So, hier. Da ist er. Da ist er. Jetzt komm ran, Dru. Ja, wie ne? So ist gut? Wir haben den gleich schon zu Hause fertig. Magst du so? Oder wie? Ja, komm ran, Dru. Ja, Mann. Der wird uns hier nie finden. Niemals. Das ist ja erst was, wenn wir die auffälligsten Generatoren machen, die in der Mitte stehen. Ja, du hast gesagt, wir müssen kommen. Und Virus schlendert schon wieder da unten rum. Was geht dich das überhaupt an? Ich seh das, ich seh, dass du nix machst. Er sucht jetzt schon wie Luke. Geh mal nackeln. Herz klopfen. Ja, es ist, äh, es ist Trapper. Ja, der hat mich. Der hat mich gleich. Oh, ey, hat das ja okay. Oh, jetzt wurde ich auch noch auf Bärmpeilnachten oder was? Ja. Oh, elendig scheiße. Ey, 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 das war zu früh. Ich hab dich gar nicht gesehen. Du lauch, du treppe, du. Mach mal da die Luke auf, damit der reinfällt, der Drehtag. Ja, mit dir, ne? Das wird dir passen. Keller, Keller, ganz hinten am Racken. Da, wo es wegzweißen ist. Oh, Gott. Wir sind immer dabei, das ist prima. Sag mal, ihr sitzt alle, kommt einer mal. Wow. Ja, wir warten ja noch mal, weil ich weggehe. Sag mal, ich bin da mal, ey, mein Kind, ey, hallo hier. Ja, guck mal, der steht ja noch beim Keller. Ich weiß, warum die mich immer hängen lassen. Weil ich schwarz bin. Erdsknopfen immer noch. Ja, der ist da, der ist im Campen, der ist rein, raus, Rainer. Ich seh ihn da. Ich hab ihn mal am Arsch. Oh, elendige Scheiße. Nein. Nee, er geht zurück. Er geht zurück. Ja, der steht da oben. Warte, warte, bleib stehen. Geh, man. Hey, 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 ich muss mal campen, Mann. Falle, er baut der Falle hier irgendwo auf. Ein, zwei, Bier. Und du bist wieder schön. Geh mal ein Bier. Hast du noch Herzschlag? Ja. Ja, der ist da oben. Und die muss campen. Ey, das ist aber reich. Ich wollte doch nur eine Kiste haben. Ja, der kommt nicht. Geht er wieder zurück. Ihr müsst alle geheilt sein und alle auf einmal kommen. So eventuell. Ist er noch immer im Keller. Nein, dann erst oben. Er geht raus. Alle heilen und alle kommen. Wo sind denn die anderen Vögel? Ich steh da, ich bin nicht im Heilen. Ich bin da. Also wenn du sagst, los, komm ich. Ja, ihr müsst euch beeilen. Nein, Häuschen. Also ich komm. Ich lauf jetzt einfach runter. Ich hol den runter und fertig. Ja, irgendwo da ist doch eine Kiste. Ah, nein, ich komm doch nicht. Okay, ich bin mal weg. Wiedersehen. Der lässt uns gar nicht runter. Der steht im Kellerhaus. Ja, der versperrt die Tür. Der bleibt einfach stumpf in der Tür stehen, der Vogel. Was ist das für eine schlaue Idee? Nee, ihr müsst unbedingt jetzt machen. Ich mach's nicht. Ach du Scheiße. Die Paletten auf der Fallen seien. Ah, bruh. Ich komm in den Campingkeller. Erhob mich da weg, weil ich es zu spät mitkriege. Und die Paletten auf der Fallen seien. Heute redet das nicht richtig gelaufen, ey. Ich komm in den Campingkeller. Wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Ja, zum Glück. Nee, das schafft das, das schafft das nicht. So, es macht eine Falle rechts von mir. Auf. Dankeschön. Siehst du, Nico, ne? Das, oh, ich will nicht zum Keller. Ich will nicht zum Keller. Ich will nicht zum Keller. Er verfolgt dich. Er verfolgt dich. Dankeschön. Ja, das ist doch ein Arsch. Ich kam noch mal über die Palette. Du hast es gesehen, ich kam aber noch über die Palette. Mach schön brav die Generatoren. Ja, bin dabei. Gut, gut. Nur zur Info, sie sagte, der Killer geht hinten rum. Springt ihm über die Palette direkt entgegen. Bevor sie wieder zurückgesprungen ist, hat er so runtergehauen. Oh, wie geil. Ja, ich würde sagen, dass das schon gut ist. Ja, das ist dann wieder mal Schweinchen spielen. Oh, Nico. Ja. Könntest du mir nachher, also vielleicht nicht wie du willst, aber mal eben das noch zeigen, mit den Perks. Ja, kann ich machen, hast du dir das noch nicht angeschaut. Nein. Oh, kann der mal aufwollen? Wir hätten, egal, der macht mir das. Ja, du musst nicht, aber... Ja. Ne, er läuft in dem und in der. Hm. Ja. Also, ihr müsst, ihr müsst zusammen hin. Einer muss, wo der gerade, wenn er zuhaut, und der andere muss dann in dem Punkt die Puren dauern. Und ihr müsst dann vorne weg, hinter diesem Metallwagen, wo die Palette ist, um abzuhauen. Genau, so. Und jetzt... Pfff. Entschuldigung. Wenn er verlassen ist, wahrscheinlich. Ja, ich hab nicht geschafft. Ja, gut, gut, gut. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Gut, in weite Richtung. Es tut mir leid. Da ist die Luke, Virus. Wir haben die Luke gefunden. Ja, voll, da hab ich nix von. Wiedersehen, Pru. Ja, wiedersehen. Er läuft Demo hinterher. Nein, Pru. Was jetzt? Ja, ich stelle... Ja, ja, ich weiß auch nicht. Der kann sich, glaube ich, gerade nicht entscheiden. Okay, Demo. Ja, voll in den Rücken, Alter. Ja, Heilin. Ihr glaubt, geht wieder in eure Richtung, weil da der Haken ist. Nein. Nein. Oh, sehr gut. Ey, er findet mich gerade zum Kotzen, das merke ich. Äh, vorm Keller ist ein Haken. Und da ist, ey, jetzt. Hast du das noch n Haken? Was ist das denn? Er kommt zu euch. Nein. Nö, 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 nö. Er wird campen jetzt. Er kommt. Nico. Und ich. Ja, er kommt doch. Oh, er kommt. Ja, hafs Danks. Der will Stellung 79 ausprobieren. 79? Ja, man muss sich mal steigen von 69 auf 69. Also, ich, ich, ich würd für Ratsarbeiten zu mir zukommen. Ja. Nee, ne, ne, bleib weg, bleib weg, der kommt, der kommt, der kommt. Mann. Er ist wieder hier. Oh, hi, dude. Er baut hier, links, beim Demo, ins Gras, ne Falle. Na, Steen. Na, du Pisser. Na, na, kotze ich dich an? Kotze ich dich an? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, ich kotze dich gerade an. Äh, ganz schön pervers, was du gerade sagst. Okay. Äh, mach den Generator. Ich bin dabei. Cool, lass es, mach den Generator, der wird jetzt bei mir bleiben. Ja, bis er tot ist, hab ich ihn bis zur, bis drei Viertel, glaube ich, fertig. Wo ist die Scheiß vorne? Die ist links, nee, hinter mir. Der hat dich gesehen. Nee, der hat mich nicht gesehen. Er geht an dich, er geht nicht. Der ist extrem fixiert auf dich. Ja, ich weiß. Wenn ich von vorne komme, ist es okay, ne? Äh, ja, 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 ist es okay. Kühler, darauf stehst du doch. Du wolltest ja auch nicht verlieren, ne? Frontalangriff. Da stehst du doch drauf. Komm, schlag mich, gib mir ein Tier lang. Puh, oh Gott. Oh, ja, und jetzt, Brü? Ne? Das ist doch egal. Nico, komm, jetzt, 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 das mit dem Tier stimmt, ne? Ne? Miau! Ach, oh Gott, nein. Da, links ist der Palette, neben dem Wach. Ach, das ist doch egal. Ich bin eh gleich tot. Das ist so eine Scheißkampf. Drei, zwei, eins. Ich bin mir sicher, ich hab nicht so richtig. Geh auf den Wehdrescher und spring runter. Ach, Wehdrescher, oh, dann geh ich ja lieber nicht hin. Hast du Säune? Nein! Du bist schuld. Ne? Du bist doch schnell genug. Ja, ich kann nicht schneller. Ja, das ist tatsächlich, das ist Stellung 79, die funktioniert, aber ein bisschen langsam. Äh, Puh ist tot, ja? Ja. Und tschüss. Wo war noch mal die Luke, Blue? Äh, ja, das ist jetzt ne gute Frage. Ist egal, ja, mach grad das. Kriege ich's noch hin? Ja, müsste. Okay, ich war kein Handstag. Ja, ja, der ist weg. Ich glaube, wir die Luke haben. Dann such sie doch. Ich würd's nicht machen, ganz ehrlich. Ich würd's nicht mehr machen. Ich würd's nicht riskieren. Ja, das Ding ist, er wird jetzt bei der Luke sitzen bleiben, oder bei dem Ausgang dahin. Wieso kann ich jetzt nicht mehr zuschauen? Geh, guck dir die ganze Zeit zu. Ich, ich hab die Option gar nicht. Ich muss mich wieder auf mein Start. Ne, ne, das hatte ich vorhin auch. Jetzt kann ich grad zum Beispiel... Da, das ist ja auch. Ich hab die Option. Geh, guck dir die Option.